Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Tja, wir sind heute in der ersten Folge auf Gladbeck unterwegs. Wir werden versuchen, alle Linien zu überfahren. Tja, wir fahren heute auf Diener 237 hier von Hassel-Busbahnhof in Südwestfalen in Richtung Berliner Platz. Tja, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, wir starten Datteln-Busbahnhof, ich würde sagen, wir bereiten alles vor. Ich wünsche euch viel Spaß und Tja, leiten und Auge, wo wir alles gemacht haben und viel Spaß beim Gucken. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Tag. Schön. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Tag. Morgen. Guten Tag. Deng делieren undiri Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Tag! 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 ... ... ... ... ... Nächste Halterstelle bis dringend. Nächste Halterstelle bis dringend. Nächste Halterstelle, Konrad Wartenauer Alli. Nächste Halterstelle, Konrad Wartenauer Alli, Konrad Wartenauer Alli, Konrad Wartenauer Alli. Nächste Halterstelle, Konrad Wartenauer Alli. Nächste Halterstelle, Konrad Wartenauer Alli, Konrad Wartenauer Alli. Nächste Halterstelle, Konrad Wartenauer Alli. Nächste Halterstelle, Konrad Wartenauer Alli, Konrad Wartenauer Alli. Mann! Ich bin ein YouTuber und bin hier den ganzen Tag unterwegs und wollte fragen, ob Sie so eine Tageskarte haben? Nächste Haltestand. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020